So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play With You. Wir haben noch mal eine schnelle Runde vor, in Form von Panda-Style. Let's get Panda-Style. Wupp, wupp, wupp. Na, tolle, weißt du, was der Gestalt wieder rausgespricht? Ja, sobald du Schaden bekommst, ne, wahrscheinlich ich nicht. Ich sehe aus wie ein Glücksbärchen, der aus dem Bauch spielt. Deine Heilung. Oh, Mann. Gröd. Lass mich dein Glücksbärchen sein. Nein. Warum greifen die Hunde? Haut das doch nicht. Ne, please. Okay. Lass mich dein Glücksbärchen sein. Ja, das wäre wunderbar, dein Glücksbärchen sein. Ne, bitte. Diese Langzeit ist noch nicht bereit. Oh, ne, jetzt kommt deine Scheiße gleich wieder raus. Ja, so. Nachdem... Ich bleib diesmal aus. Och, Mann, jetzt lass doch mal den Köter in Ruhe. Wo, 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 wo. gut Hallo, hier rührt ich bin es gerade überhaupt nicht zu heilen. Ich krieg das gerade nicht auf die Kette. Auf die Kette. Danke! kommen ich bleib draußen wenn sich das auch wieder machen Borgenschützen greift an ich mach mal mit noch einer erledigt Ossascha eine Minufkorn und dann fängt er gut an lasst niemanden entkommen Aua, wer hat das gesagt, wann hat das gesagt der Volkjot steht im Hilfe! Ja, ich versuch's der andere stand im Feuer, ich musste ihn sterben lassen Ich kann das noch nicht tun Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit Ich kann das noch nicht tun Ich kann das noch nicht tun Die noch Jo, grad noch so Chillig Moment, ich muss den Ich mach Ja, ich mach grad schon So, durch 2 Minuten hat er Zeit Hier, ähm, nehmt das Futter Wem bewerf ich damit? Den, ähm, Typen Genauso Jetzt warten Jetzt kannst du schon vorbei Und die Hunde? Die schlagen jetzt dann ein Achso Kann man den noch mit Futter bewerfen? Nein, leider nicht So, soll ich ran? Jo Der gibt ja noch gar nicht, wusste Ja, selber schuld Ja, der ist FK Pass auf, Sander, da kommen Hunde Lass die Hunde los Hm Tut mir leid, wenn ich jetzt hier wieder jemanden verwecken lassen muss Wenn das nicht schwierig bin Ich probier mein Bestes Lass die Hunde los Lass die Hunde los Aua, ich werd eingekliffen Not schuld Wieder Oh nein Aber ich werde nicht sterben Das legt immer noch auf Was? Nein, nein Hör auf Geräusche der Beister Lebt noch alles Hier, jetzt ist er wieder da Er ist immer noch bei mir tot Kann mich jemand retten, Please, hat er grad gefragt Ja, ich lauf schon So viele Hunde Wir können sie nicht aufhalten Juhu, schon wieder was gewonnen Oh Ich bin kein Bärchen mehr Weil ich den Schaden bekommen hab Vielleicht aber wieder Weil das Vieh lebt Das ist ja auch Oh 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 bekommen mein problem das ohne in die zusammenstellung also an das noch ein feinste ohne scheiß drei mönche ich bin ein schwarzer eine Fähigkeit ist nicht bereit ich kann das noch nicht tun nicht bereit um ausreichend weiter das lädt immer noch aus diese Fähigkeit ist nicht bereit Deckrock ist kein AP Sauber noch Oh, yo vergessen ich kann das noch nicht tun noch nicht bereit die Zeit wer auch immer das ist ja die ländliche Linien zu erinnern und ich kriege alles noch zu schulden diese Fähigkeit das ist wirklich auch schon Aber immer wenn ich sag, geht schon, dann... Ja, deswegen. Wie gemein hat eigentlich Helester den Wachen verraten. Achso. Oh man. Ah! Ups. Entschuldige. Mach ja schon. Tut mir leid. Jetzt zeig ich den Schurkenhandel auf eurem Level. Das geht zu den 70 oder so. Oh man. Ja. Ich kann das noch nicht tun. Guck mal, das ist ja auch nicht so schlimm. Als ob ich das gucke. Ich habe kein Ziel. Das ist ein Trash-Termacher. Ach, der ist ganz dahinten. Dann lass den Boss machen. Du weißt noch, wie der Boss ging? Biss er irgendwas castet da sein Wirbelscheiß und dann geh mal runter. Ich heile ihn nicht. Das ist ihm hoffentlich bewusst. Oh, das ist echt eklig, wenn Raupensaft in den Wachen spritzt. Ja, was macht der denn? Jaja, immer noch. Jetzt sind vier Sekunden. Ja, ja. Oder auch nicht. War doch beim letzten Mal auch nicht anders. Schon wieder gewonnen. Du bist Blündermeister, ne? Was? Du bist Blündermeister. Oh. Wir haben sogar einen Rekord. Letztes Mal haben wir 49 Sekunden gebrochen. Auch diesmal 37. Ich sollte weiter heilen. Ja, guck mich, ob du mehr mehr an den Kopf bist. Schi-Sie. Mach ich doch schon. Ja, jetzt so. Ist ja auch nicht gestorben. Verstehe. Was ist hier denn noch drin? Nichts. Ich. Alles. Pullen. Alles. Alles buggy hier. Mach gar nichts. Es kann doch nicht wahr sein, dass ich als Heilerin im Level 28 immer noch nur zwei Heilzauber habe. Ich habe zu wenig Energie. Brauchst du mehr? Ja, in so'n, ähm... Flächenheil... Flächenheilung oder so wäre vielleicht mal ganz angebracht und nett und freundlich. Wohin läufst du? Wohin läufst du? Du älte, wie du wirst sie. Warum? Ich bin. Ich habe kein Tier. Flächenheilung oder so. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. immer noch. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Hat da jemand den Boss da hinten gepolt? Eigentlich. Nee. Das sah krass von Weitem so aus. Wenn du jetzt 13% bringen, dann schaffe ich auch noch 29. Ne, ich brauche nur noch Aua, ein Prozent. Entschuldigung, ich habe gesagt. Aber du musst dran denken, dass du nochmal EP bekommst, weil es Random Dungeon war. Ich habe zu wenig Energie. Unterbrecht ich's. Was ist denn da raus? Nee, nicht. Genau da. Ach, Patrick wahrscheinlich. Oh, ey. Und ich kann das noch nicht tun. Und ich kann das noch nicht tun. Nein, feiern Sie. Ach, GZ. Jo, ich auch. Oh, ich hab abgelehnt. Wollen wir denn noch eine? Hm, ich würd sagen, es reicht. Jo. Wieder nur Schrott. Jo. Ja, GZ her. Von und zu Sascha. Dank, was ist denn jetzt? War ich jetzt richtig mit Patrick? Ja. Er macht das hier. Macht Tiza, der andere halt. Verstehe. So, gehen wir raus. Ähm, der geht mir auf den Sack. Ja, dann geh doch raus. Bitte schon. Mann, 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 Mann. Juhu. Jo. Juhu. Na dann. Was ja wieder geschafft, was? Juhu. 30. Du bist zurück. Ja. Jo. Ich nicht. Aber wir sind 29, immerhin. Ja. Wieder ein Stück weiter. Immerhin kommen wir bald ans Level 60. Und was ist Level 60? Nee. Level Stopp? Oh Mann. Also grundlegend jeder, der da hier zuhört und zuschaut, ähm, ihr dürft gerne bei uns in der Gilde mitmachen. Wir machen bei Level 60 einen Level Stopp her von Thomas. Ja, das ist mir schon klar. Ich dachte, du kommst jetzt mit irgendwas anderem. Nein, natürlich nicht. Das haben wir jetzt auch noch erwähnt. Wir brauchen nämlich Leute. Wir brauchen Leute für die Rails. 40 Mann. Brauchen wir wirklich noch so viele? Nee, mittlerweile nicht mehr so viel. Ja, siehste. 1, 2, 3, 4, 3, ja, 4, 3 sind bloß noch. Na dann, auf auf Leute. Ich stoppe mal an dieser Stelle die Aufnahme, wo. Na alles klar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt. Let's play with you. Bye bye. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.